Damit begrüße ich euch wieder hier ganz herzlich zurück zu Super Mario Maker 2. One Subscriber Level per Day. Dry Bones Flooded Castle von Sentara. Traditional Castle. 3 von 85 erfolgreichen Versuchen gab es. Eine Abschlussrate von 3,52%. Das Ganze im New Super Mario Bros. You Style. Klassisch themabezogen. Oder ein Thema ist es bezogen, wahrscheinlich auf die Dry Bones. 14 Leute haben es gespielt, 5 Herzen hat es bekommen. Ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze mal an. Und daher viel Spaß jetzt bei diesem Video. So, dann schauen wir noch mal. Wasser hier. Ich muss ja sagen, dass ihre Level auch wirklich mit jedem Mal schwerer werden. Kreativer, aber schwerer. Ne. Ah. Äh. Pssst. Die, 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 die. Okay. So. Das Gute ist... Ah, ne, das ist nicht das Gute. Achso, der ist auf dem Track. Ach, komm. Wieso greift der da oben nach den Dingen? Ich würde eigentlich genau hier schwimmen. Ja, egal. Und jetzt habe ich keinen Sound mehr. Oh, ist das schön. Ich hoffe, ihr habt noch Sound. Ich muss mich jetzt... Stimmt verlassen darauf. Oh, ist das schön. Keinen Sound zu haben. Das heißt, ich muss mich jetzt rein auf meine optischen Sensoren verlassen. Ey, die 30er Münster haben wir. Das wäre ich für einen Checkpoint. Sehr bereit. Wie hoch gehst du? So. So, ganz langsam. Wow. Wow, 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 wow. Ja, jetzt bloß nicht danach greifen, ne? Nein. Ah, ich muss unter dem lang. Definitiv muss ich unter dem lang. Aber wie meint das da? Äh, die 50er, kann ich drauf verzichten. Ja, das wird ein bisschen zu knapp. Da warte ich. So, muss nicht ganz weit drücken. So, jetzt schön langsam runter. Ganz sachte. Okay, und hoch. Hoch, 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 hoch. Yay. Checkpoint Nummero zwei. Wie denn, Hundpilz? Gib mir ein Power-Up. Ich glaube, das hier ist ein... Boss-Level, das soll es jedenfalls sein. Oh. Ach, komm. Ah, ich glaube, ich weiß, was sie möchte. Okay. Oh, Mann. Igitt, igitt, igitt. Ich weiß, was sie will. Oh, ist das eklig. Ist das eklig. Ja, genau. Dann fahre ich nämlich runter, weil ich dann das Schwimmen vergesse. Oh, aber ja. Ich sag's ganz ehrlich, das ist eine eklige Variante. Komm, komm, komm. Ja, Nummer eins. Schön. Oh, verdammt. Ah, Mist. Ja, ja. Ah. Nein. Ich glaube, da ist die Schwierigkeit in dem Level. Dieser Boss-Kampf. Er ist kreativ. Das kann man nicht anders sagen. Komm. Ah. Ja. Ah, schön. Nummer eins. Ich muss nur hier oben bleiben und hoffen, dass einer von denen mal trifft. Ach, komm. Jawoll. Komm, und der nächste. Ja. Ja. Komm, der trifft. Schön. Schön. Schönes Ding. Oh, nein. Oh, der trifft wieder nicht. Der trifft nicht. Okay. Ach, komm, der wäre so gut gewesen. Der auch. Der hat sogar getroffen. Okay, da waren es dann nur noch zwei Treffer. Ach, nein. Yes. Nur noch einer. Ja. Genau. Jawoll. Da haben wir ihn. Schön. Ja, das übliche Herz. Lässt mich jetzt hier nicht sterben. M-m-m-m-m. Das hätte mich jetzt sowas von gewundert. Gut. Schön. Haben wir das erledigt. Ich komplett ohne Sound. Ihr habt Sound. Insofern. Alles super. Hat mir gefallen. Selbst wenn der Bosskampf wirklich ein bisschen anders ist. Sagen wir es mal so. Ich hätte es vielleicht ein ganz klitzkleines bisschen anders aufgebaut. Aber okay. Ich bedanke mich jedenfalls ganz herzlich. Ich sage bis zum nächsten Mal. Und ich bin euer Turo. Haut rein. Tschö, tschö. 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 Vielen Dank.